mit den zwei Köpfen. Allerdings lebt die nicht mehr. Die gab es einmal. Die ist bestimmt ausgestopft oder so. Hier ist noch mal die Schildkröte. Die flitzt da drin rum. Super. Ja, schön. Das ist eine südamerikanische Schlangenhalsschildkröte. Hier sehen wir eine Klapperschlange aus South America. Die macht aber jetzt auch nichts. Hier ist ein Lego-Arm drin. Noch ein paar andere, aber die sehen wir nicht so. Ich kann den mal näher ranholen. Schauen wir mal. Da oben liegt er. Ja. Ja. Ja.